Herzlich Willkommen bei Porsche in Recklinghausen und vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Porsche Macan, welchen ich Ihnen nun näher vorstellen möchte. Und hier sehen Sie ihn auch schon, Porsche Macan in Weiß mit der schönen 20 Zoll RS Spider-Felge, abgesetzt mit schwarzem Panoramadach, schwarzen Sideblades sowie schwarzer Dachreling. Hier befinden Sie sich ein Macan aus 2016 aus erster Hand mit 46.500 Kilometern und Ausweis wahrer Mehrwertsteuer in einem nahezu perfekten Zustand. Im Innenraum finden wir die mehr als geschmackvolle Kombination Bicolor Schwarz mit Rot, welche mit der Außenfarbe ein mehr als modernes Farbenspiel uns bietet. Im Innenraum sehen wir nun das typische Macan Cockpit. Wichtige Sonderausstattungen sind hier das Bose Surround Sound System, wie gerade schon erwähnt, Panoramadach, Spurhalteassistent, Multifunktionslenkrad und viele weitere nützliche Sonderausstattungen. Wir freuen uns sehr, wenn wir Ihr Interesse für diesen Porsche Macan geweckt haben. Scheuen Sie nun nicht, uns unter den angegebenen Kontaktdaten zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei Porsche in Drecklinghausen.